so dann wollen wir mal zur kardinalin gehen ich lasse jetzt auch die folge halt drinnen ich habe jetzt gerade noch mal getestet ob es besser ist jetzt ist es ein bisschen besser ich lasse die folge jetzt auch drin weil ich wirklich keine lust habe jetzt wegen dieser halben stunde da noch mal alles zurückzudrehen und noch mal neu zu machen es tut mir leid dann werdet ihr wohl mit leben müssen aber ihr seid ja auch nicht verpflichtet bei mir zu gucken ja ich bin ich habe eine die 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 Sie sehen, Eminence, Bishop Domitius has brought to my ears his Order's accusations concerning the Norts. According to him, they practice a religion close to those of the natives, and use a nature-drawn magic. They would also be implicated, therefore, in the appearance of the Malachor. That is an extremely serious accusation. Effectively, considering the accusation is founded on no proof, other than the Norts' tradition of secrecy. But these suspicions have pushed the Order to extreme actions, risking the fragile peace of the island. The Order Luminis captured several Norts, locked them in jails, rented them by the Coin Guard. They were tortured with the singular goal of forcing them to admit heresy. They obtained nothing. If I had not intervened, these men would be dead. Is this true, Domitius? Some of our brothers undoubtedly misinterpreted the evil. I would have never allowed such a plan. These Norts are now united with their captain. And I am certain, they would be most eager to bear testimony. So, wir werden diese Entdeckungen nicht enthüllen, wenn ich nicht muss. Deswegen gehen wir zum Angriff. I caught wind of a ridiculous scheme planned for the port by the Order Luminis, and I wanted to clear it up. I was able to get my hand on documents that effectively detailed an attack, a great purification. They were signed by you, Father, and included a contract where you enlisted the assistance of the Coin Guard to attack every Nort building and imprison every one of their men that could be taken alive. Domitius, how could you? Whatever did you want to accomplish? The Norts are not believers. We should not be dependent on heretics. Have you gone completely mad, Domitius? We are on an island. How could we not be dependent on the Norts? I want them arrested. Him and every member of his Order. I will decide at a later time their fate. I thank you for bringing this business to my attention. Going after the Norts. What madness. Without you, this city would now be drowning in chaos. Carry my best wishes to your cousin. His desire to maintain the peace on the island honors his house's reputation. I will tell him your Eminence. Until we meet again. Schön, haben wir das auch gewicht. Äh, von der, äh, von der Lage. Ja, das könnten wir tun. Habe ich nicht noch was zu erledigen hier? Ähm. Ich gehe mal nicht hier, sondern hier. Habe ich hier nicht noch was zu erledigen? Nein, ich müsste jetzt hier sowieso raus. Na, na. Äh, äh, finden Sie den Explosionslager? Erstattet den Admiralienbericht? Das muss ich auch. Findet den Explosionslager des Gelehrten? Ach ja, genau. Äh, äh, Jupiter. Okay, um rauszukommen, muss ich sowieso an meinem Haus vorbei. Und dann, ach, mein Gott, Google, ey. Das passt mir ja eigentlich sehr gut. Hier müsste jetzt irgendwo mein Haus. Nein, hier ist nicht mein Haus. Mein Haus ist da. Definitiv ist mein Haus. Äh. Hier. Okay. Dann wollen wir mal. Ich mach's jetzt einfach mal so. Ich reiß jetzt mal nach. Admiralienbericht erstatten, die mich zum Dorf, von dem Petrus gesprochen hat. Da muss ich hin. Äh. Ach, wie süß. Er schnarcht. Moment mal. Und wieder hat er gerade geknurrt im Schlaf, gebrummt oder geschnarcht. Ach, wie süß. Äh. Ich mach mal hier hin, ne? Ich erledige das jetzt mit, äh, den beiden jetzt direkt. Gebe dann auch wieder alles ab. So, jetzt können wir weiter reisen. Ne, 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 ne. Ach, wo bin ich denn jetzt? Schande, ne. Moment. Äh. Oh. Reisen? Moment mal. Ich muss jetzt mal kurz, kurz gucken. Ach da. Das findet das Expeditionslager. So, das wollte ich aber nicht tun eigentlich. Ich wollte hier, begib dich zum Dorf, von dem Petrus gesprochen hat. Das muss ich mal eingeben. Oh. Das ist es. So. Muss ich trotzdem reisen. Aber ich weiß nicht, wohin. 312. Wie geht's? Warte mal. Ich weiß wirklich nicht, wo ich gerade... Wo muss ich lang, am besten? Ich glaube, hier lang, oder? Ähm. Wo muss ich gehen. Ich habe noch einen Angriff rausgefunden. Das ist falsch. Kann ich denn hier überhaupt irgendwie so drühe? Ja bestimmt. Gucken wir mal. Was haben wir denn hier? Ein Lager. Auftrag den diebischen Gelehrten ausschalten. Ein sehr verstörter Mann hat Reisen und Karawanen angegriffen. Er hat sich als einer der sogenannten Gelehrten der Allianz verkleidet und stiehlt Nahrung von Konvois. Wer seinen Wahnsinn ein Ende setzt, erhält eine Belohnung. Wütende Dantrik. Händler seid auf der Hut einer dieser Bestien, die die Eingeborenen Dantrik nennen. Greift alles an, was sich dem nördlichen Teil des Flusses nähert. Wer dem Pfad folgt, der den Zugang zu Tirdop durch den natürlichen Damm ermöglicht, sollte besonders vorsichtig sein. Für die Tötung dieser wütenden Bestie gibt es eine Belohnung. Das war aber jetzt nicht richtig. Das war jetzt nicht das, wo ich eigentlich hin muss. Ich versuch's jetzt mal hier oben. Oh, der Fuchs. Nein, irgendwie nicht. Ach, Mann. Ach, hier. Ich muss irgendwie da hinten hin. Da komm ich wahrscheinlich gar nicht durch. Soll ich doch die andere Richtung nehmen. So, ich geh jetzt diese Richtung. Das sieht doch gut aus. Wald am Wasser. Bin ich aber anscheinend noch nicht gewesen. Oh, da sind schon wieder diese Viecher. Ich hasse diese Federmäuse. Ich hasse diese Dinger, ey. Oh! Hallöchen. Ich seh da gerade dahinten ein riesiges Vieh. Hallo? Moment, Moment, Moment. Wow, was hast du denn? Oh, ich mach das mal. Oh. Oh. Guck mal, der macht die tot. Das ist doch praktisch. No, und jetzt suchen wir ihn auch noch. Nein. Oh, scheiße, das sieht nicht gut aus. Oh, scheiße, das sieht nicht gut aus. Let's see if you can more of this feint. Oh, das sieht gar nicht gut aus. Boah, ich glaube, dafür bin ich noch nicht gerüstet. Entschuldigt. Ich hau ab. Nee. Nee, nee, äh, 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 dafür bin ich noch nicht. Äh, äh. Definitiv nicht. Wir kommen noch mal drauf zurück. Aber das ist ja... Boah, was ein... Oh, mein Gott. Nee. Nur testen, ob man sich wirklich dran vorbeischleichen könnte. Das gibt's ja nicht. Kann man tatsächlich. Eine gesingende Gewässer, dann geht's da noch mal hoch. Aber wir müssen ja eh hier lang. So. Hä? Was war das denn jetzt? Ah, ich muss da hin. Sieben Stunden? Ja, gut. Nehme ich im Kauf. Boah, wie groß das Vieh war gerade. Das war doch... War das nicht dasselbe Tier, das die auf dem Scheiterhaufen verbrannt haben? Also es war definitiv nicht dasselbe Tier, das uns, ähm, das aus dem Schiff ausgebrochen ist und uns angegriffen hat, bevor wir auf dem Weg zur Insel waren. Sondern das war das... Ich glaube, das war das Tier, aber die sahen sich recht ähnlich. Vor allem nicht nur recht ähnlich, ne? Also das war... Boah, wie stark das Ding war. Gut, dass ich bis jetzt nur eins davon getroffen habe. Äh, ich folge mal... Ja. Den Weg? Wieso habe ich das Gefühl, dass ich gleich angegriffen werde? Boah, wo muss ich denn hin, ey? Ach, guck mal. Da steht doch jemand. Ich weiß nicht. Wie hat es ihr mission fared bis jetzt, Frau? Nicht gut, ich glaube. Ich habe nicht viel von diesen Villagers. Der Chef und der... ...Priest sind evasive wenn gefragt. Wie für die anderen Natives, ihre Behaviour kann sich ziemlich odd. Sie spenden Stunden just staring into the void. But as soon as I come close, they chase me away. They frighten me, I must admit. There is a heavy veil of evil here. I feel it, but I'm not able to find from whence it comes. Perhaps you should talk to them. They may speak to you. Anything else? Hmm. Have you been here for a long time? Since the beginning of my investigation. A few weeks, perhaps. Although it feels like months. I'm not particularly fond of the wild. And I find this place unsettling. I see. Anything else? Nö. Eigentlich nicht. That will be all, Sister Aphysia. Thank you. Gut, mit ihr haben wir gesprochen. Ja, jetzt wäre mir Siona ja doch ein bisschen lieber. Aber vielleicht reicht ja auch unser Aussehen. Ob das man mit uns spricht. Hm. Befrage den Häuptling. Ja. Was ist das da? Kannen zwei Leute befahren. Dass man einfach so bei denen ins Dorf marschieren kann. Ich finde das wirklich krass. Is it you who helped my warriors discover what the men of the Red Sun were doing? Indeed. Then I thank you. It's probably because you are an Onolmenawi that you are different from the other Ranaixi. What do you seek? Can you tell me something about your beliefs? We believe that we are part of an everything. And that life depends on a balance that comes from this everything. Our strength is drawn from that which we protect, all that surrounds us. And that which surrounds us feeds and protects us in return. What can you tell me about your clan? My people are proud, full of courage and tough. That which destroys others makes us stronger. Many of them fear us, even amongst the other clans, because the fury of the Storm Warriors is a story often told. But when we are not fighting, we are peaceful people. And we are happy guarding over our sacred woods. Anything more? Concerning this story about a sect. Enough. Enough questions. I have nothing more to say. What? Fuck. Tell me. What do you seek? Concerning this story about a sect. Enough. Enough questions. I have nothing more to say. Okay. Ich habe ja noch eine Wahl. Ich kann ja noch irgendjemand andern hier im Dorf befragen. Das wird mir zumindest gerade angezeigt. Oh, der sieht ja cool aus. Good day. Are you the... Wise man of this village? Burdtir dumad renaikse. Oy nedonegad. Yes. I would like to ask you a few questions, if you don't mind. The people of your island are constantly asking questions, yet reject any answers that displease them. Questions have no value when one already claims to know the answers. But... It is your case. You believe you know the answers. You seek only their echo. Answer your own questions. At least then the answers will please you. And we shall be done with your foolishness. That is not what I... Yeah. Das war sehr erfolgreich. Dann befrage ich halt die Leute des Dorfes. Can't you leave us alone? Moniseneig. Der will nicht. Leave me be. Even your thoughts are loud and break my peace. Okay, der auch nicht. Traitor. Ananolmenawi does not wear the dress of the strangers. Okay. Okay. Ernaikse ya toiken quachesa de elodeis sammelmila mach de wegander. Hmm... Ja. Ernaikse ya toiken quachesa de elodeis sammelmila mach de wegander. Okay. Petrus steckt fest. Gabi und hör ein. Okay. Okay. Ehm. Nach ritualen. What can you tell me about the rituals? Oh. I see what interests you. You want to know how our warriors are so strong. But I don't have an answer. It is a secret of the Donei God. The rituals I know are made to celebrate nature. To honor and bring her blessings upon us. Let's try something else. Are you on Olmenawi with your land? Are you on Olmenawi with your land? Or did you inherit your link from your parents? I am not bound. Or at least I haven't done anything in particular to bind myself. Then it was your parents. One of them at least must have been Donei God. Your turn. Tell me about the missionaries that came here. The Moin Shakers came here to our home and tried to convince us to abandon our ways. No one wanted to listen to them. So they finally decided to leave. I suppose that they were full of disappointment. Or angry. Or simply tired. And then the others arrived. The woman is truly strange. She is aggressive and spays on us at every turn. I would prefer that she leaves as well. It was fun. More than with a woman who makes light. She did not want to play. Okay. Jetzt haben wir die Dämonen. Okay. Da ist niemand, den ich fragen kann. Da auch nicht. Ich kann hier hinabsteigen. Wer bringt mir das jetzt? Die wollen auch hier nicht mit mir reden. Hier ist noch eine. Gott, dann gehe ich noch mal zu ihm. Was ist denn hier los, ey? Hier will keiner mit mir reden. Ich frage die einen. Oh, hier oben. Da oben ist vielleicht noch was. Da. 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 quenches us and drowns us in the beasts that feed us and in those that eat us I do not know what more I can say to you everyone shares these beliefs I must leave now thank you for your help hmm yeah I can now speak with your sister that do we also oh a lager praktisch anything you know the investigation has gone stale the villages won't even engage in conversation with me now perhaps you should talk to them they may speak to you I managed to exchange a few words with some villagers but they don't seem all that keen to talk and did they tell you anything worth sharing I know a little more about their beliefs they worship nature and do not intend to change it is certainly different from the luminous faith but it's hardly demonic worship yet there is something strange about this village one of the villagers that spoke with me seemed truly worried on edge even I think I know of whom you speak a man always looking over his shoulder he often sneaks out of the village like a thief I attempted to follow him but he always eludes me I tried to get into his hut to see if he was hiding anything but someone was always there then we should give it a try perhaps we'll fair better that fellow was really nervous perhaps we should try and search his house to see what he's hiding he doesn't look inclined to let us in we'll have to distract him I'm sure this young lady could help us she appears to be playful and to love pranks or we could just break some of these pots that keep him busy I can pretend to be clumsy but we'll have to be fast and it will only work once so aber ich muss schluss machen tschüssi bis zum nächsten mal